Das ist Thomas. Fast jeden Tag begegnet Thomas den Access-Lösungen von Wanzel. Montagmorgen, 7.30 Uhr. Thomas betritt seine Arbeitsstelle. Im Eingangsbereich steht ein Galaxy-Gate von Wanzel. Mit seiner Mitarbeiterkarte meldet er sich an. Das Tor öffnet sich. Das ist bequem für Thomas. Und auch für jeden seiner Kollegen. Dabei berücksichtigt das Galaxy-Gate auch individuelle Anforderungen. Und auch Thomas' Arbeitgeber profitiert von dem Gate. Er hat über das Dashboard jederzeit einen Überblick über die Mitarbeiter und Gäste auf dem Firmengelände. Nicht berechtigten Personen bleibt der Zugang verwehrt. Das schützt sensible Bereiche. Natürlich lassen sich Berechtigungen jederzeit komfortabel einstellen und ändern. Am frühen Abend geht Thomas mit seiner Tochter ins Schwimmbad. Das Family-Vorteilsticket löst er direkt am Automaten und bekommt dafür einen RFID-Chip. Mit dem Chip öffnet er das Tor. Im Bad nutzt er ihn für die Garderobe. Am nächsten Morgen will Thomas noch vor der Arbeit Sport treiben. In seinem Fitnesscenter kann er schon um 6 Uhr morgens starten. Dank der Eingangsanlage kann das Studio erweiterte Öffnungszeiten anbieten. Ohne zusätzliches Personal. Bei seiner Anmeldung wurde Thomas registriert und kann das Gate einfach mit seiner Mitgliedskarte oder seinem Handy öffnen. Am Wochenende will Thomas mit seiner Familie ein Museum besuchen. Unterwegs muss er auf die Toilette und macht Halt auf einem Rasthof mit WC-Anlage. Thomas bezahlt 70 Cent am Kassenautomat. Dafür gibt es saubere Toiletten und einen Wertgutschein für das Tankstellencafé. Auch am Museum bezahlt Thomas am Kassenautomaten mit seinem Smartphone für ein Familienticket. Er erhält eine Eintrittskarte als Bum. Am Ende des Besuches verlassen Thomas und seine Familie das Museum einfach durch das Drehkreuz. Am nächsten Tag geht Thomas auf Geschäftsreise. Er hat schon online eingecheckt und seine digitale Bordkarte erhalten. Damit kann er am Flughafen direkt in die Business Lounge einchecken und vor seinem Flug entspannen. So vielseitig begleitet Wanzel die verschiedensten Unternehmen mit seinen Zutrittslösungen für Mitarbeiter, Gäste und Lieferanten. Wanzel bietet dabei Komplettlösungen aus einer Hand, individuell an die Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort angepasst. Wanzel Access Solutions – Ihr Lösungsanbieter für Zutrittskontrollen Wanzel Access Solutions – Ihr Lösungsanbieter für Zutrittskontrollen